Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Herzstück eines MOOCs, den Videos. Wir werden uns ansehen, wie wir diese im Kurs einfügen und interaktiv gestalten können. Bevor ihr die Videos im Kurs einfügt, schickt sie uns bitte an office-at-imoox.at. Wir laden die Videos für euch auf den offiziellen iMoox YouTube-Channel, legen für euren MOOC eine Playlist an und schicken euch diese. Erst dann könnt ihr mit dem Einpflegen der Videos im MOOC loslegen. Alle Videos auf iMoox werden mit einer speziellen Technologie namens H5P in den Kurs eingebunden. Dies erlaubt uns, die Videos im Nachhinein mit zusätzlichen Informationen und Interaktionen anzureichern. Leider ist das Einfügen von H5P-Videos etwas kompliziert, was einerseits durch Moodle und andererseits durch die H5P-Technologie verursacht wird. Dafür bringt uns H5P aber einige Vorteile. Die Interaktionen helfen zum Beispiel dabei, die Aufmerksamkeit der Zusehenden zu erhöhen und regen zum Mitlernen an. Um ein Video letztlich in eine Lektion einzubetten, muss es zuerst in den Inhaltsspeicher des MOOCs geladen werden, der Sammelstelle für alle Videos und weitere H5P-Aktivitäten. Wir starten also im Inhaltsspeicher eures Kurses und wählen das Interactive Video aus. Beim Starten werden euch die wichtigsten Funktionalitäten mithilfe einer Tour erklärt. Dabei lernt ihr im ersten Schritt, wie ihr das Video einfügt. Bitte verwendet dafür den Link zu eurem YouTube-Video auf dem iMoox-Channel, den wir euch zugeschickt haben. Im zweiten Schritt lernt ihr, wie ihr Interaktionen hinzufügt, wie ihr sie bearbeitet und wie ihr Lesezeichen ergänzt. Sobald ihr mit eurem Video zufrieden seid, gibt es nur noch eine Einstellung zu beachten. Unter Verhaltenseinstellungen bitte den Punkt Video automatisch abspielen auswählen. Habt ihr eurem Video schon einen Namen gegeben? Nein? Dann gebt ihn unter Titel noch ein. Zum Schluss nicht aufs Speichern vergessen. So, jetzt ist das Video zwar im Inhaltsspeicher, aber wie kommt es nun in eine Lektion eures MOOCs? Damit Teilnehmende ein Video direkt in der Lektion mit einem Klick ansehen können, müsst ihr folgendes machen. Erstens, eine H5P-Aktivität in Lektion Null anlegen. Zweitens, diese dann mit dem Video eurer Wahl aus dem Inhaltsspeicher befüllen. Und drittens, das Video innerhalb einer Lektion mithilfe eines Textfeldes einbetten. Da die Aktivität selbst für TeilnehmerInnen eigentlich nicht relevant ist, erstellen wir diese in der verborgenen Lektion Null. Lektion Null findet ihr im Hauptmenü, sobald ihr im Kurs Bearbeiten einschaltet. Zum Anlegen der H5P-Aktivität klickt ihr auf Aktivität oder Material anlegen und weiter auf H5P. Auch diese Aktivität geben wir einen sprechenden Namen und befüllen sie mit der H5P-Datei aus dem Inhaltsspeicher. Dafür klickt ihr in das Feld mit dem Pfeil, klickt auf den Inhaltsspeicher und wählt das gewünschte Video aus. Bevor ihr nun die Aktivität speichert, müsst ihr noch den Aktivitätsabschluss für das Video entfernen. Da die Lektion Null nicht für TeilnehmerInnen einsehbar ist, können sie die Aktivität hier auch nicht als erledigt kennzeichnen. Wichtig! Klickt zum Schluss unbedingt auf Speichern und Anzeigen. Damit wird euer interaktives Video sofort geladen und ist direkt einsatzbereit. Jetzt müssen wir das fertige Video nur noch in der gewünschten Lektion einbetten. Dafür navigiert ihr an die richtige Stelle, fügt ein Text- und Medienfeld ein und klickt im Editor auf den H5P-Button. Wählt hier die H5P-Datei aus der Lektion Null. Nun erscheint ein etwas kryptischer Code, der im Hintergrund in das eingebettete Video umgewandelt wird. Speichert das Textfeld ab. Et voilà! Euer Video ist fertig im Kurs eingebettet.